Herzlich Willkommen zu einem neuen Overwatch-Video, gespielt für die Widowmaker und viel Spaß. Boah, das ist... scheiße. Sack! Hat's einen gegeben. Boah, ich hab fast Bastion mit einem Schuss getötet. Geh mal rechts an den Kasten, easy. Ey, die Linkse ist hier, Tracer. Olaf. Was ist? Tracer ist hinter uns. Ey, die ist an die Fetten hier. Ach, geht. Hier, der Raubwatter ist hier auch noch. Wenn ich ne Goldung und ne Gesicht zurücklegen. Der rasiert hier meinen Turret. Ich hab heute schon so krass damit gespielt. Ich hab in einem Match alle Goldmedaillen gehabt. Och, der Kisten hat schon stört mich, Alter. Oh, der Kisten hat schon stört mich, Alter. 을ch Nein, die Bastion, Alter, scheiße. Und hier, ich geh. Ja, Junkrat hat mich. Oh, jetzt geh ich nicht. Oh, aber noch ein bisschen. Oh mein Gott. Ah, ne ne ne, Junkrat ist rad. Geht mein Turret noch? Ja, die attacken hier und keiner sieht. Hab sie. Ich hab mich getötet. Ich hab ihn geklärt und hab auch mal Uli angebrochen. Geht mein Turret noch. Ich weiß nicht, wo der steht. Geht mein Turret. Nein, Ventura ist kaputt. Ne, der macht mich. Ach, wie leckerlich. Horst. Ah, jetzt cappen die den Punkt. Hat er uns gut gebaitet, Alter. Scheiße. Oh, Unter hat es schon was? Genau, das hab ich gebraucht. Tracer hier. Ach, das ist ein Problem. Ach, das ist ein Problem. Ach, das ist ein Problem. Ach, ich sehe mich. Verwalt, das kann sich niemand verstehen. Ja, Tracer jetzt nicht gewischt. Ach, das ist ein Problem. 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 Bei uns auf dem Dach ist hier Sonne-Rushy. Wissen nach rechts? Wissen nach rechts? Wo ist... Welches rechts? Ja, das war das Publikum. Ja, genau. Jetzt. Wurde nur zu dir hoch. Oh, nein. Auf geht's, Gulag! Auf geht's, Gulag! Was ist denn das Turret? Äh, das Auto. Ich hab dich irgendwie gesehen. Alter, der Ruhe umgekehrt! Na mann, Alter, der steht einfach hinter uns und macht uns. Ich hab' meinen Turret aufgebaut. Ich hab' meinen Turret aufgebaut. Oh, wie behindert, ey. War nicht gut aus. Irgendwas ist schon hier vorne, Junk Red. Ich hab' meinen Turret aufgebaut. Oh, ja. Oh, ja. Wer sich mit mir anlegt spielt mit dem Feuer. Ich hab' meinen Turret aufgebaut. Oh, ja. Wie ist der G мех ab, mafia undаб!! Oiga. Ich habuchiudbrottet, ja. Zeugen glaubt. Betty auch Drawf. Woh, ucht. Aber noch nicht. Das Schuss, ihrître ist Gerard. Ist doch die Anbornforsenmager? Ganz aufgebaut. Bane meldet sich zum Wien Ah Was ist da? Ach, jetzt wurde es wieder zum Wettbewerb Ah Oh, jetzt war er wieder Ulti Dann knallen wir mal hier was weg Vor mir kann sich niemand verstärken Lass mal ein Stück zurück in Nord Hier gehts gar nichts zurück Ah ja, die Form leer Ja Alter Der hatet mich aber richtig, Alter Halt Da müssen wir sie jetzt aber richtig blocken können Halt Ja 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 Einen Ja Ja Krass gemacht, Mann. Sie hat wahrscheinlich, ja. Ich war oben drauf und bin gestorben. Aber vorher habe ich sie noch eliminiert. Okay. Hallo. So, meine Freunde. Wir sind jetzt am Ende des Videos und somit auf meiner Infocard angelangt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal daran erinnert, das Video zu bewerten. Wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu lesen und zu beantworten. Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video, das euch ebenfalls gut unterhalten wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.